Die Kriegsverbrechen in der Ukraine haben die Welt schockiert. Besonders das Massaker von Butscher wurde zum Symbol des Grauens. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, hunderte Zivilisten getötet zu haben. Aber was sagen die Menschen, die den Horror überlebt haben? Ich bin Konstantin und in der heutigen Folge von Crisis suchen wir eine Antwort auf diese Fragen. Irpin, Hostomel, Butscher, was einmal die Nobelvororte von Kiew waren, sind heute Symbole für den russischen Krieg gegen die Ukraine. Gemeinsam mit meiner Übersetzerin Jevchenja und meinem Kameramann Markus haben wir uns auf den Weg gemacht, um mit den Überlebenden zu sprechen. Mein erster Halt ist dieser Apartmentkomplex. Während der Zeit der Besatzung wurde er von russischen Soldaten geplündert und von Granaten getroffen. Wir sind jetzt in einem der Räume, die in Brand geraten sind oder stark beschädigt wurden, als Artillerie oder Granaten hier eingeschlagen haben. Und hier der Community Manager hat uns erzählt, dass die Nachbarn versucht haben zu löschen, aber man sieht hier nur mit begrenztem Erfolg. Ich habe übrigens gerade erfahren, dass die Besitzer der Wohnung gestern zurückgekommen sind. Die sind geflohen und sind zurückgekommen, um zu schauen, was von ihrer Wohnung übrig geblieben ist und ob sie vielleicht wieder zurückkommen können. Ja, Jevchenja hat gerade erzählt, dass die völlig am Boden zerstört waren und jetzt wieder abgereist sind, wo auch immer sie jetzt sind. Aber ihr seht ja selber die Wohnung. Stellt euch vor, ihr kommt zurück und seht, dass eure Wohnung, wo alles, was ihr besessen habt, drin war, dass das so aussieht. Kann man sich, glaube ich, nicht wirklich gut vorstellen. Ein anderes Apartment wird gerade wieder bewohnbar gemacht. Doch die Spuren der russischen Angriffe sind noch nicht beseitigt. Das hier ist jetzt so ein Stück, so ein Schrapnell, was hier reingedonnert ist und sieht man jetzt vielleicht hier ein bisschen, das ist ziemlich scharf. Also es ist wirklich, ich könnte mir hier den Finger aufreißen, wenn ich zu schnell drüber gehe. Wenn man sich vorstellt, wie das hier irgendwie reinhaut, möchte man sich nicht vorstellen, was das mit dem menschlichen Körper macht. Ich treffe Vadim und Halina. Beide waren in Butscha, als es von russischen Truppen besetzt war. Sie wollen mir erzählen, was sie damals erlebt haben. Du wolltest jetzt mit uns an diese Stelle kommen. Warum? Was ist der Grund, was ist hier passiert? In diesem Ort, wenn die Ockupanten auskommen waren, sie zu diesem Ort nach dem Auto zurückgezogen haben. Sie verabschieden hier das Auto und, nach vorne nach den Magazinen, verabschieden. Im Tag waren es mindestens zwei Menschen. Es waren mindestens jemanden auf der Straße, wenn sie verabschieden. Und einfach verabschieden. Pensionär, Kindheit, Frau. Wenige Straßen weiter steht das ehemalige Hauptquartier der russischen Truppen in Butscha. Der Hinterhof des Gebäudes kam durch die Berichterstattung der New York Times zu trauriger Berühmtheit. Hier wurden sie in verschiedenen Positionen auf der Reisungsverschätten in verschiedenen Phänomen. Sie waren alle mit der Befestigung und alle mit den Augen aufzuhören. Sie waren alle mit der Augen. Hier wurde einfach ein Geheimnis. Es ist einfach, ohne dasselbe und zufrieden. Wie gesagt, mein Freund, dass sie die Menschen auf alle Tatoieren verabschieden haben. Ein aus Russischer fragt sich ein bisschen was bedeutet. Das war ein Bild von Tato, als ein Malmögen. Er hat gesagt, dass sie alles in Japan haben. Aber die Menschen, die Tatoieren waren, die Menschen, die gearbeitet haben, Aber nicht nur ein Mensch, der nicht zurückkehlt. Oder ein Mann, der einfach aus dem Tätowier, oder ein Mann, der sich nicht mehr verletzt, aber sie haben nicht mehr, sie sind nicht mehr verletzt. Ich glaube, dass sie verletzt werden. Wie fühlt es sich für euch beide an, gerade für Sie, zu wissen, dass man hier steht, wo Menschen erschossen wurden? Der мозger nicht in das zu glauben. Es ist nicht zu glauben, dass es mit uns passiert. In 2022, in der zivilisierten Lande, in der Mitte Europas. Aber es ist nicht möglich, dass es mir in das zu glauben. Mit einem здernenden Ratschenswert. Wie ein Schmerz, wie ein Schmerz, wie ein Schmerz, wie ein Schmerz. Ich habe das nicht gesehen, als ich in der Schmerz. In den Schmerz, in den Schmerz, in den Schmerz. Sie sind persönlich auch davon betroffen, oder? Sie haben einen Angehörigen, den Sie noch suchen, der vermisst ist oder verschwunden? Mein Mann, mein Mann, mein Mann, 24. Januar, вечером, das ist 05. Er hat alle Dokumente, er hat alles. Er hat einen домaschlichen Bedürfnis, wir waren da 10 Stunden. Und er hat ihn verletzt. Er hat ihn verletzt, um ihn in die Tätowier zu holen. Er hat 59 Jahre alt. Und drei Monate hat er von ihm keine Ahnung. Er hat nichts auf den Telefon antwortet. Wir haben eine Maschine gefunden, eine Maschine. Da haben wir eine starre Borodianske Trasse, und die Maschine nach dem Lande in den Schmerz. Wir haben eine Maschine gefunden, die Maschine gefunden hat. Und sie haben ihn auf Internet gesetzt. Anders als Halina weiß Vadim, was mit seinen Angehörigen passiert ist. Er zeigt mir den Ort, an dem sein Vater getötet wurde. Wie geht es dir damit? Du bist gerade sehr, sehr ruhig. Wie kannst du so ruhig bleiben? Und wie gehst du damit um, dass du an dem Ort stehst, wo dein Vater getötet wurde? Wie gesagt, wir mit Mama mit ihm wippelten, dass ich nicht mehr kann, dass es nicht mehr zurückkehlt. Ich versuche mich, dass es so ist. Ich versuche mich, weil es sich weiterentwickelt. Ich habe ihn jetzt nicht gefunden. Ich habe ihn in die Woche geplant. Ich habe ihn in die Woche geplant. Aber es ist schwierig, dass es hier ist. Es ist schwierig, weil er hier war, dass er hier ist. Ich versuche mich zu beurteilen, helfen Menschen mit Problemen zu suchen, zu schützen, zu beurteilen, zu helfen, zu helfen, dass ich möglich ist. Ich verstehe, was es ist. Was ist mit meinem Vater? Das ist das, was er left. Das ist der Vater. Das ist der Vater. Das ist die Telegram. Das müssen wir jetzt nicht zeigen. Auch Nadja möchte sich mit mir treffen und von ihrem Sohn erzählen, der wie so viele Menschen von den russischen Soldaten getötet wurde. Können Sie uns erzählen, was ist mit Ihrem Sohn passiert? Er hat sich auf die Straße und sie begannen. Er hat ihn mit ihrem Freund verabschied. Er hat ihn fallen. Er hat ihn drei Mal verabschiedet, er konnte nicht aufstehen. Entschuldigung. Er konnte nicht wissen, was mit ihm passiert. Er ist so ein gesund, 90 Meter groß. Wie ist Ihr Leben jetzt? Wie gehen Sie mit diesem Verlust um? Ich habe ihn zu Hause, er hat ihn zu Hause, aber ich habe ihn zu sehen, dass er sich selbst verletzt wird. Jetzt muss er ihn zu sehen, weil er nicht geht. Nog sind sie verletzten. Das war jetzt ein sehr emotionales Interview. Es ist immer sehr schwer als Journalist, wenn man halt da steht. Und jemand so vollkommen sein Herz ausschüttet und in Tränen ausbricht, wenn es gerade eine alte Dame ist. Es ist natürlich auch eine super emotionale Situation, dass ihr Sohn, der vor ein paar Wochen her erst ermordet wurde, dass der auch Konstantin heißt. Und als ich mich bei ihr vorgestellt habe und gesagt habe, hallo, ich bin Konstantin, hat sie mich ganz groß angeschaut. Und hat gesagt, so hieß mein Sohn auch. Und wir haben festgestellt gerade, dass er und ich auch das gleiche Alter haben. Also, ja, ist auch immer die Frage dann, wie weit man geht in so einem Interview. Wie reagiert man, wenn jemand eben so anfängt zu weinen vor der Kamera? Über Krieg und Massenmord zu berichten ist für mich als Reporter nicht leicht. Auch wenn man den Job seit Jahren macht und an manche Situationen werde ich mich wahrscheinlich nie gewöhnen. Gleichzeitig stelle ich mir immer wieder die Frage, machen wir unsere Arbeit richtig? Berichten wir Medien anders über die Ukraine als etwa über den amerikanischen Angriff auf den Irak? Diese Frage finde ich so wichtig, dass ich demnächst ein eigenes Video dazu machen werde. Wenn sie euch auch interessiert, dann abonniert Crisis und ihr verpasst keines unserer exklusiven Videos mehr. Was in Butscher passiert ist, gehört zu den schlimmsten Kriegsverbrechen, die in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begangen wurden. Aber es ist nicht das einzige. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass russische Soldaten daran beteiligt sind. In der nächsten Folge von Crisis werfen wir einen Blick auf Russlands Kriege der letzten Jahrzehnte und stellen die Frage, hätte die Welt wissen können, was die Ukraine erwartet? Die Antwort darauf gibt es hier auf diesem Kanal.